Kalt schmaler, so verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Film und in diesem Video, Leute, spielen wir Karl für die Modern Warfare, dreckiges altes Hausboot. Außerdem reden wir noch über das neue CD. Wird in diesem verfickten Jahr noch das neue CD online kommen? Nein, beziehungsweise, wir werden nicht darüber reden, ich werde einfach nur so tun, als ob ich darüber reden will, damit ich einen Titel packen kann, damit ich nur mehr Klicks bekomme. Let's go! Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Viel Spaß mit dem Video! Oh, Baby, aufgeputscht auf Rust, das ist richtig geil. Da gibt's, man kann doch nicht kämpfen, man stirbt einfach nach 20 Sekunden, wenn man keinen Kill macht. Das ist sowas von geil. Gut, aus dem Kontext gerissen, klingt das irgendwie komisch. Da unten seht ihr, ich muss in 30 Sekunden noch einen Kill machen und wenn ich das nicht mache, sterbe ich einfach instant. Und wenn ich einen Kill mache, wird's einfach resettet. Oh, Baby. Ja, und dann kann man... Oh mein Gott, ja! Die capen alle die größten Hunde hier drin und es macht so Spaß! Jawoll, Junge! Let's go! Wir sind gerade reingejoint, wir haben schon den Reelsen. Das war's nochmal komplett. Let's go, Mann! Ja, Leute, also falls ihr schnell Streaks erreicht müsstet, spielt einfach diesen Modus. Diesen Modus, Modus? Es ist wirklich geistesgallt. Hier gibt's wirklich keine Campen, man kann einfach hier nicht campen. Ich würde sagen, wenn meine Munition gleich leer ist, benutzen wir mal die Streaks. Da hinten da... Drei, zwei, eins. Secondary, komm schon! Pistol-Action! Ich hasse die Pistol! Okay, komm, hier! Bam, 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 bam! Oh mein Gott, oh mein Gott, dieses Lenken! Ey, wir haben mir einfach... Oha, die stehen mir einfach die Kills! Oha, wir werden die nicht gönnen. Spawn jetzt dort? Ne. Ähm... Da, 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 da! Wo sind die alle? Da! Ähm, Leute, ich mach... Wo sind die? Da! Ein Kill? Wow, zwei Billo-Kills gemacht. Geil, Mann. Okay, und noch die Wheels da, let's go. Die ich einfach nicht lenken kann, aber scheiß drauf. Da, das, oder? Let's go! Ich weiß nicht, warum, aber ich finde die Wheels sind richtig Schmutz. Was ist das mal? Wie viel überlebt die bitte? Wow, zwei sind auch drin. Haha, jawohl! Ich muss auch sagen, dass meine Streaks auch nicht so krass waren. Und ich hab echt ziemlich beschissen gelenkt. Äh, das war bestes Aim. Gut, wie rede ich über das neue COD? Damit ich jetzt einen Titel packen kann. So, allerst muss ich in der Runde gehen. Darüber einfach irgendwie reden. Und dann poste ich so Sachen von Reddit und so. Und so tun, als ob ich recherchiert hab. Okay, ich schaff das. Ich schaff das. Neue Runde, neues Glück, Leute. Und jetzt, diesmal, können wir ein bisschen mal über das neue COD reden. Denn ich hab viel recherchiert. Es gibt ja Gerüchte, dass das neue COD gar nicht kommen wird. Viele sagen auch, dass das neue COD ein Call of Duty... Kann ich jetzt dieses Scheiß-Thema ansprechen? Obwohl ich gar nicht recherchiert hab und so tun, damit ich so das als Titel benutzen kann. Auf jeden Fall, Leute. Gibt es neue, ähm... Ja, gibt's das? Ah, ich hab ja vergessen. Wir sind ja in das Call of Duty und der Warfare. Sobald man eine gute Runde hat, wird die nächste einfach die beschissenste auf Planet Pluto. Also, Leute, was ich sagen wollte, war, dass es, äh... Ja, viele sagen, dass es Call of Duty... Oh mein Gott, Bro, bist du ein Blindfisch, oder was? Du wirst es jetzt schaffen, durchgehend zu reden, einen flüssigen deutschen Satz auf die Reihe zu bekommen. War das... War das deutsch? Viele sagen ja, dass das neue COD-Kall of Duty kalter Krieg wird, irgendwie sowas. Und, äh, ja, ich bin irgendwie überhaupt nicht Hyped, denn ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass du überhaupt... Ich hab so ein Gefühl, als ob irgendwie gar kein COD dieses Jahr kommt, weil irgendwie wegen COVID-19... Ich blöde hier einfach mal ein paar Beiträge ein, die ich gelesen hab, die ich gelesen hab und viel recherchiert hab. Und, ja, vielleicht könnt ihr auch in die Kommentare schauen, was ihr denkt, ob dieses Jahr noch ein COD rauskommt oder etwa nicht. Skowler, dieser Typ mit diesem Einsatzschild. Wer spielt... Wer spielt ein Einsatzschild? Ich glaub, ich hab jetzt zehn Sekunden über das Thema geredet, deswegen kann ich es jetzt einfach in den Titel packen. Ja, so klappt YouTube. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, ob dieses Jahr über ein COD rauskommt. Gab es überhaupt einen Trailer? Es gab nicht mal einen Trailer. Es gibt nichts. Nichts. Gar nichts. Wisst ihr, was ich mich noch frage? Ich hab ja da folgt mich gefragt, warum ist es neu? Warum ist es neu? Da ist nichts neu. Auf jeden Fall, Leute, das ist das Video. Lasst gerne ein Like, ein Abonter und checkt gerne mein Instagram ab. Schreibt gerne in die Kommentare auch, ob ihr denkt, dass dieses Jahr noch ein COD kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.